Judith Rakers, geboren am 6. Januar 1976 in Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, ist eine renommierte deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin. Besonders bekannt ist sie als Moderatorin der angesehenen deutschen Abendnachrichtensendung Tagesschau. Rakers hat eine beeindruckende Karriere im Journalismus und Rundfunk aufgebaut und ist zu einer angesehenen Persönlichkeit in den Medien geworden. Aufgewachsen in Bad Lipsbringe in der Nähe von Paderborn, zeigte Judith Rakers schon früh großes Interesse an Journalismus und Medien. Bereits während ihrer Schulzeit beteiligte sie sich aktiv an Schulprojekten und lokalen Veranstaltungen, was ihre Leidenschaft für die Medienwelt weckte. Nach Abschluss der Sekundarschule studierte Rakers Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie neuere und neueste Geschichte und Philologie an der Universität Münster und der Universität Hamburg. Dieser akademische Hintergrund legte den Grundstein für ihre Karriere im Journalismus und verlieh ihr ein solides Fundament in Kommunikationstheorie und Praxis. Ihre Karriere begann sie bei lokalen Radio- und Fernsehsendern, wo sie ihre Fähigkeiten als Reporterin und Moderatorin verfeinerte. Ihre Professionalität und ihr Talent blieben nicht unbeachtet und führten dazu, dass sie 2004 zur AAD wechselte, einem der bekanntesten öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlands. Ihre Rolle bei der AAD ermöglichte es ihr, ein überregionales Publikum zu erreichen und sie wurde schnell zu einem vertrauten Gesicht in deutschen Haushalten. Der bedeutendste Meilenstein in Judith Rakers Karriere war ihre Ernennung zur Moderatorin der Tagesschau im Jahr 2005, Deutschlands ältester und meistgesehener Abendnachrichtensendung. Ihre Professionalität, Klarheit und fesselnde Präsenz vor der Kamera machten sie bei den Zuschauern äußerst beliebt. Rakers wurde zum Synonym für zuverlässige Nachrichtenberichterstattung und ihre Rolle bei der Tagesschau festigte ihren Ruf als eine der führenden Journalistinnen Deutschlands. Neben ihrer Arbeit bei der Tagesschau moderiert Judith Rakers auch verschiedene Sondersendungen, darunter Wahlberichterstattung, aktuelle Nachrichtenereignisse und wichtige nationale sowie internationale Ereignisse. Ihre Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, mit verschiedenen Themen umzugehen, haben sie zu einer wertvollen Bereicherung für die AAD und zu einer vertrauenswürdigen Nachrichtenquelle für Millionen von Zuschauern gemacht. Judith Rakers Privatleben ist ebenfalls ein Thema von Interesse für viele ihrer Fans und Follower. Im Jahr 2009 heiratete sie Andreas Pfaff, einen deutschen Geschäftsmann, aber nach sieben Jahren Ehe entschied das Paar, sich zu trennen und schloss 2016 den Scheidungsprozess ab. Trotz der Herausforderungen in ihrem Privatleben konzentrierte sich Rakers weiterhin auf ihre Karriere und bemühte sich, berufliche Herausforderungen zu meistern. Im Jahr 2024 ist Judith Rakers 48 Jahre alt und hat eine stabile und erfüllte Lebensphase erreicht. In jüngsten Interviews hat sie sich offen über ihr Privatleben geäußert und Klärung über Spekulationen zu ihrem Beziehungsstatus gegeben. Sie bestätigte, dass sie derzeit Single ist und nicht in einer Beziehung. Rakers betonte, dass sie nach der emotionalen Belastung einer Scheidung vorsichtig ist, eine neue Beziehung einzugehen. Es sei denn, sie findet jemanden, der sie wirklich schätzt und sich um ihr Glück kümmert. Bis dahin ist sie mit ihrem Single-Status zufrieden und konzentriert sich auf ihre Karriere, persönliche Entwicklung und die Freude am Leben. Neben ihren beruflichen Erfolgen ist Judith Rakers auch für ihr philanthropisches Engagement und ihre vielfältigen Interessen bekannt. Sie engagiert sich aktiv in gemeinnützigen Organisationen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Frauenrechte und Tierschutz. Ihr Engagement für die Gemeinschaft hat sie in der Öffentlichkeit noch beliebter gemacht und zeigt ihr mitfühlendes Wesen. In ihrer Freizeit pflegt Judith Rakers eine Vielzahl von Hobbys, darunter Gartenarbeit, Lesen und Reisen. Sie hat eine besondere Liebe zur Natur und findet Trost und Entspannung in ihrem Garten, wo sie Pflanzen und Blumen pflegt. Ihre Wertschätzung für Literatur zeigt sich in ihrer umfangreichen persönlichen Bibliothek, aus der sie ihren Fans häufig Buchempfehlungen gibt. Für die Zukunft bleibt Judith Rakers ihrer journalistischen Rolle treu und freut sich auf kommende Herausforderungen. Sie bleibt eine prominente Figur im deutschen Fernsehen und berichtet weiterhin mit der Hingabe und Professionalität, die ihre Karriere kennzeichneten. Rakers sucht ständig nach Möglichkeiten, ihren Horizont zu erweitern und möglicherweise neue Projekte anzugehen, die ihrer Leidenschaft und ihrem Interesse entsprechen. Der Einfluss von Judith Rakers zeigt sich darin, wie viele junge Journalisten ihre Arbeit mit dem Streben nach dem gleichen Maß an Exzellenz angehen, das sie immer wieder unter Beweis stellt. Neben ihrer Tätigkeit im Fernsehen ist sie auch in den sozialen Medien aktiv, wo sie mit ihrem Publikum interagiert und Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit gibt. Ihre Präsenz in den sozialen Medien zeichnet sich durch eine ausgewogene Mischung aus persönlicher Note und der Bereitstellung wichtiger gesellschaftlicher Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit aus. Dies hat dazu beigetragen, dass sie eine starke und engagierte Anhängerschaft aufgebaut hat. Während Judith Rakers weiterhin die Tagesschau moderiert und an Sondersendungen teilnimmt, erkundet sie auch neue Projekte, die ihren Interessen und Fachkenntnissen entsprechen. Es gab Diskussionen über die Möglichkeit, dass sie eine Dokumentarserie moderieren oder an weiteren Forschungsprojekten zu sozialen und ökologischen Themen teilnehmen könnte. Rakers nutzt ihre Plattform mit Leidenschaft, um das Bewusstsein für wichtige Anliegen zu schärfen und sucht nach Möglichkeiten über die traditionelle Nachrichtensendung hinaus eine breitere Wirkung zu erzielen. Im Rückblick auf ihre Karriere spricht Judith Rakers oft über die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit und kontinuierlichem Lernen. Sie glaubt, dass sich die Medienlandschaft ständig weiterentwickelt und dass es wichtig ist, offen für Veränderungen zu bleiben und ständig neues Wissen zu suchen. Diese Einstellung hat nicht nur zu ihrem beruflichen Erfolg, sondern auch zu ihrem persönlichen Wachstum beigetragen. Rakers ist eine starke Befürworterin lebenslangen Lernens und teilt ihre Erfahrungen und Erkenntnisse gerne mit jungen Journalisten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020